happy gamer hd menschlich von den ziel schon in der büro beschreibung sehen kann steht da ich werde den youtube kanal name von happy gamer hd blaze gamer hd weil gestern habe ich das wort blaze der fernsehner geholt im gamer weil ich eigentlich ein gamer bin in hd der hd auch zu mir passt mit dir dauernd bist du